Hey Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Overwatch nach einer langen Zeit wieder und es wird jetzt öfters ein Video kommen Overwatch und wir sind im Angriff, was nehmen wir denn schon mal direkt? Sind wir Diva, wir haben keinen Tank Ja Leute, ich spiele Overwatch wieder nach langer Zeit ein Video auf meinem Kanal und es musste einfach sein, ich keine Ahnung, die Pause war gut aber Videos müssen sein, es geht nicht anders So, ganz kurz stumm gestellt, weil ich bin noch ein bisschen erkältet Das hört man vielleicht ein bisschen in meiner Stimme dass die sich heute, boah die hört sich echt heute anders an, das muss ich mal sagen Ja, keine Ahnung Ich habe versucht jetzt meine Stimme noch ein bisschen zu richten, aber es sollte klar gehen Oh, das liegt daran, weil ich heute ein bisschen lauter reden musste weil wir in einer Halle waren, wo nur laut war und ich schreien musste, damit die anderen mich verstehen Wahrscheinlich lässt deshalb meine Stimme gerade ein bisschen nach Aber das sollten wir hinkriegen Wahr Ich bin der Diva Alles easy Ziehen wir mal durch Gucken, ob wir hier jemand schon stehen haben Machen wir direkt mal das Schild an und Ich wusste es, ich wusste es einfach So, du kommst mal her, jetzt die, 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 die dich wieder haben Ernsthaft jetzt, ich schubste mich einfach runter? Das habe ich doch gar nicht erlaubt hier Stirb, 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 stirb Ach, komm, jetzt gib doch hier nicht und vorbei gut okay was das ist so ungewohnt so dann redet man länger nicht mehr und zockt daneben bei das keine ahnung das fühlt sich wieder so anders an wie schnell man das wieder verlieren kann das ist krass ich hab mir mercy ok so kann ich jetzt nichts anrichten ich muss diese mercy dahinten platt kriegen war gut das etwa geklärt aber ich bin gleich aus mal zu scheiße ruhig reinhard ganz ruhig oh da ist dieser bug oh gott da hat ich jetzt überhaupt kein elb gehabt aber egal aber egal gleich habe ich die ulti und dann schmeiße ich einfach drauf da dann hätte es sich geklärt da jetzt dass das heilt ich noch bei mir ich hoff wieder 300 hp dazu diese ulti kann ich nicht gut heißen ah der braucht fast selbstmord hier ok ok leute die die kämpfen uns hier vorne hinzu das ist eine runde die mir gar nicht gefällt ach komm diese kack mercy ne die muss einfach mal weg oh das kann ich nicht blocken komm der muss jetzt weg der rein hatte der stört uns die ganze zeit schon perfekt jetzt an die fracht hier er kann ja nicht angehen dass wir hier die ganze zeit hier hinten rum hängen ich denke man muss das ja machen nö nö ok leute die muss einfach weg ich weiß ich red grad ein bisschen zu wenig aber ich werde irgendwann wieder rein kommen das dauert alles leider noch ein bisschen dann erst jetzt ich kann grad ab hier nein ich kann grad ab hier nein randa zieh hau bitte ab perfekt und checkpoint und wie totu sein wirst wie totu sein wirst zack weg leute genau so und nicht anders perfekt den habe ich noch weg gelenkt nice ok das autot und weiter perfekt so muss das sein genau so und nicht anders ach dann muss ich mich wieder nach langer zeit für youtube auf eine videobearbeitung einstellen das wird mal wieder was gutes das damit kann man arbeiten ja ich habe vor einiges hier zu ändern jetzt komm her möchte du willst du wieder hin warum warum kriegt ihr denn den boost hier das ist ja wieder total sinnlos was spielst du wollte mich umbringen ich werd nicht mehr das kann ich jetzt aber hier nicht glauben wollte ich mich eiskalt umbringen komm mal her ich muss laden ich will mein mecker wieder mein mecker oder wie ich hab mich nicht immer mecker ja heißt wahrscheinlich auch so glaube ich oh boosten 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 perfekt dann schieben wir den mal im checkpoint zack nee die interessiert dort gar nicht ich bin der einzige der sich immer in den checkpoint reinschiebt so dich kriegen wir auch noch perfekt perfekt genau so muss das sein oh nein ich schlafe oh perfekt oh wow das war eine ulti die hundertprozentig gelungen ist ich und die waren ja wir beide mögen uns nicht so mercy bitte heilen oh nein die will mich nicht heilen glaube ich doch oh gut den habe ich perfekt noch aus dem anzug holt oh nice ma mich nervt das ein bisschen bei der pistol dass die schüsse hier so verzögert sind oh was wo kommt das denn jetzt her hey was habe ich dir nicht erlaubt junge 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 zack 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 weiter 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 da bringen wir jetzt noch schön da rein oh ja man perfekt genau so und nicht anders genau so und nicht anders ok was hat der gemacht was oh da kam ein ulti gerade entgegen die mercy war gut die war auf jeden fall gut ok leute das soll es auch erstmal gewesen sein ich hoffe es hat euch nach langer zeit wieder ein video gefallen ich werde euch auf jeden fall sagen minecraft wird so gut wie gar nicht mehr kommen ich werde jetzt ja sowas wie overwatch overwatch wird sehr oft kommen und andere spiele hochladen mal gucken was sich da so alles was sich da so alles machen lässt deswegen haut da rein und wir hören uns im nächsten video und wir hören uns im nächsten Video